hallo und willkommen ja gerade eben ein team ist von maas heute spielen wir mal team racing ich bin team team das werden wir noch am ende des matches hier sehen ich weiß noch nicht warum es hier geht aber naja wir werden in team an die kommentare wie diese team funktion hier funktioniert wir haben keine ahnung wir haben das gerade gesehen und ich bin runtergefallen und ich fand es ganz cool das was wir machen können deswegen da kommt ein bus was das für eine scheiß strecke wenn du in die mitte rein fällst dann ist vorbei okay ich weiß glaube ich wie das alter ich hab das mit der position gezählt oder so drei keks der karriere ich bin erster anmerken weil gutes fahren setzt sich durch ja ich bin nicht letzter wollte ich gerade mal anmerken alter es ist man du scheiß der herz richtig abgesehen ja obwohl das in deinem team ist oder ja keine ahnung das natürlich schlau manche leute können einfach nicht so wie ich im team spielen ich bin dafür bekannt für gutes teamplay ja was ist mit diesem auto das ist breiter als philipp davon ja fast jeden tag profitieren ja also von daher der kennt das schon die anderen noch nicht aber die werden auch meine gutherzigkeit heute kennenlernen hier und dass ich einfach ein teamplayer bin ich bin gebrochen von diesem auto ist nämlich nie wieder diese scheiß karriere aber ich bin auch neu erster super wie wenig punkte wir haben einfach zu recht ich habe ich habe 96 interessiert keinen tipp geben was machen ja genau gut fahren profi tipp nee ab und zu mal auch vom gas gehen arschloch ja super ich habe kritischen schaden und die karre lenkt sich so als ob der nur drei räder hat du hast immer einen kritischen schaden aber das hält dich ja sonst nicht ab im leben ich bin einfach sprachlos das ist so ein schlechter witz ich muss mich komplett konzentrieren die karriere nicht zu versenken ja letzte runde weiß ich was ich da falsch eingestellt habe alles auch die kurve ist aber auch ein scheiß hier ne so eine haarnadel in diesem ich habe noch genau ein leben schnell zurücksetzen möchte ich ein bisschen respawn schutz habe fährst du vor mir nee schade keine ahnung ey keine ahnung achso das muss man dazu sagen wir sind natürlich in gegnerischen teams der philip sich ausgesucht haben wir direkt am anfang gesagt okay na dann ja habe ich mir ausgesucht in diesem spiel kann man sich zu viel aussuchen das ist ein bisschen eingerostet was denn mal mit breakfast 2 hier eine grandiose leistung und zwar meinerseits und meinem team natürlich redest als ob nach jedem wort ein komma kommt das war mit absicht weil er immer so ein ich bin demoliert wenn ich nie gut fahren kann muss ich wenigstens auf andere ebene beleidigend werden los team team ich glaube an euch wobei da kann ja nichts mehr schief gehen nach meiner leistung easy win jawohl okay 126 zu 200 okay da bin ich wieder bist du der mit den xxxxxx der sieht aber echt lecker aus aber der neben direkt noch geiler aus der andere mit den xxxx hallo bist du irgendwie das war ich in meinem team dex dmx idioten arsch stimmt ich bin nicht in deinem team mein gott und ich hab dir noch geholfen dumme menschen gibt der war richtig dumm ey der hätte hier sowas von weggeschoben oder vielleicht hat er vergessen zu lenken mann du kleine dreckslayer ne dreckslayer ist du ich weiß nicht was das sollte von meinem teammate also da muss ich sagen oder 6 da sage ich dir ganz ehrlich damit team play nicht zu tun da bin ich nicht zufrieden mit ich schreibe ich schreibe gleich mal ja könnt ihr gleich in eurer team besprechung ein bisschen drüber quatschen also wir hatten gerade ein ganz tolles team mating so eine motivierende ansprache habe schon lange nicht mehr gab ja weil kam denn ich gleich eine ice oder ja mit jones wenn ich ja alle ein happy meal mit pokémon karten drin eröffnen wir heute pokémon karten nein ja hast du welche ausgeliehen von trymex oder was ja genau ich hab noch ein altes in der holo meinst du das wert in den du angeknabbert hast und der voll gesabbert ne ne der leider nein eingeschweißt in der folie irgendwie habe ich das gefühl jemand hängt bei mir irgendwie habe ich das gefühl mein team der macht gar nichts ich hab gar nichts lass mich zurück und ich bin durchgekommen leck mich am oder es war fast perfekt gefahren ey das war kammer und kammer ist die arbeit ist heute nicht die berufsschule und das immer in meinem kopf bist du dich und ich helfe dir noch dich zu drehen kammer setzt schon wieder komplett ein hier jawohl fliegt ja fast aufs maul die karre ist aber auch eine scheiße wird ein schönes duell hier zwischen uns beiden ja aber ja ja ausgang dieses matches nichts mehr zu tun scheiß drauf machen hier ein eigenes match auch au 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 aua den zaun fühle ich äh philip die strecke ist in der mitte von den beiden grünen sachen ich dachte du kommst jetzt irgendwie von rechts rein geflogen oder so äh höh höh also grün nicht braun ja ich bin vor dir ne im Moment. Ja, ich bin aber gerade erst auf geworden. Ja, da kann ich ja auch mal ein bisschen grün fahren. Ausruhen auf meinen Erfolg. Scheiß drauf. Also ich feier hinten richtig gut. Müssen ja auch Leute von hinten das Feld bewachen. Das ist kein Mario Kart hier mit Blitz und so. Von hinten. Oh, hast du das auch geguckt? Ja. Die guten Team-Turniere. Das erinnert mich auch voll da dran. Was die für Taktik haben. Taktik? Ja, Taktiken. Lass sie nicht brechen. Ich bin so eine Scheiße. Ich finde das richtig geil. Ich finde das total unterhaltsam. Nein! Gefällt mir, diese Sprutze. Oh, da sehe ich seinen Namen. Über der Klippe. Sprachfehler. Sprachfehler? Nee, den hast du. Taktik-Samen. Taktik-Samen. Ähm. War ein paar Fehler. Ey, ich sehe auch echt krumm aus irgendwie. Weil mein eigenes Team-Mate mich ja weggerammt hat am Anfang. Weil der einfach bescheuert ist. Nee, bescheuert, sag ich dir. Einfach. Ich kriege aber auch hier keine Plätze gut, ne? Ein Plätzchen? Hm. Ist doch nicht schlimm. Ja, genau. Ohoho. Er fährt einfach über den Hügel. Hm, hm, hm. Aber ich weiß echt nicht, wie jetzt hier die Punkte gezählt werden. Immer wenn ich einen überhole, oder? Nein, das ist die Platzierung. Wenn du durchs Ziel fährst. Nach jeder Runde. Das kriegt man Punkte. Okay. Dann gibst du Minuspunkte bei mir, oder was? Hm. Richtig. Ah ja. Check out. Check out. Richtig, wichtig. Äh, wichtig, richtig. Ey, der ist ja eine geile Karre. Der sieht aus wie so ein alter BMW. Junge, was ist mit dir? Hallo. Ach so, das ist schon ein Bot. Du bist gerade vom Bot überrundet, oder was? Ne, ich hab mich wieder überholt. Ey, guck dir mal die Punkte an, bitte. Ja, ich weiß. Wir sind einfach besser. Mir kommt hier einfach einer entgegen. Einfach besser. Das stimmt einem von meinem Team. Boah, ich hab dich schon wieder so aufgeholt auf dich, ne? Weil einfach... Ey. Ja, Philipp! Hallo! Nein, auch noch das! Oh, das ist auch noch so bitter, ne? Richtig bitter. Alter, richtig bitter. So kurz vor knapp kommt mir so... Top 10! Ich würd mich ja schämen, wenn ich nie in den Top 10 wär. Ganz ehrlich. Ja, ja. So, das war's wieder mit einer Runde. Rackfest heute im Team. Äh, Team Rot rockt. Dank meiner Leistung natürlich. Philipp? Ich kann dich nicht hören. Alles klar. Wenn mir Mr. Bean da nicht entgegengekommen, wär' ich auch gewonnen. Lass gern ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Ne. Lass gern einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Ähm. Abonniert den Daumen. Und bis zum nächsten Video. Haut dir rein. Wiedersehen. Tschüss. Arrivederci und gut Rennen.